Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich Willkommen zur Tagesschau Berlin. Alle Leute haben da, die Männer haben da und die Männer haben da. Ich habe es nicht früher. Aber die Menschen sind früher. Verzeih' mir! das waren die nachrichten wir schalten rüber zum wetter ja